Heute besuchen wir das VIP Bett Kino. Ich war in Zürich bei der Filmpremiere von Renfield und dafür sind wir ins Patis Breitenbach VIP Kino gegangen, wo es erstens unendliche Snacks gibt, die man sich holen kann und zweitens das Highlight, die Betten im Kino. Das ist so angenehm und ein komplett anderes Kinoerlebnis.